Montag, der 21.10. Es geht wieder ein wunderschöner Morgen auf hier. Gerade kommt die Sonne aus dem Meer. Es ist wolkenlos, nur ein paar kleine Dunstschlieren. Das Meer ist ruhig. Ich denke, das wird ein schöner Tag heute. Der Wetterbericht sagt heute 23 Grad. Sonnenaufgang war um 8.17 Uhr. Sonnenuntergang wird um 19.13 Uhr sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017